hallo ihr lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen video hier auf meinem kanal schön dass ihr wieder mit dabei seid heute möchte ich euch die neu zugänge aus dem monat oktober präsentieren ein paar davon habt ihr vielleicht in meinen vlogs schon gesehen aber ein paar davon kennt ihr noch nicht deshalb mache ich wie jeden monat einfach hier ein wildes ziehen von meinem stapel und zeige euch die bücher die diesen monat bei mir eingezogen sind ich habe diesmal gar nicht gezählt wie viele es sind aber das können wir am ende des videos natürlich noch zusammen machen ich würde euch alles ja nacheinander zeigen und würde jetzt auch erst mal mit den ebooks anfangen denn zum einen durfte ich ein buch ja vorab lesen bzw ich lese es gerade immer noch da gab es mit dem versand des ebooks ein bisschen probleme und deshalb bin ich ein bisschen langsamer als die anderen aber ich gehe davon aus dass ich es heute abend noch beenden werde und ja ist auch noch in diesem lesemonat reinpacken werde ich spreche nämlich von schattenwede folge mir nicht von corinna kaller ich habe jetzt das erste mal mit ihr zusammengearbeitet und habe tatsächlich auch was ganz anderes erwartet aber vielmehr werde ich jetzt auch nicht verraten das einzige was ich verraten werde ist der klappentext ihr wisst es und der lautet hier wie folgt was tust du wenn du dich in jemanden verliebst der nicht nur ein geheimnis hat sondern selbst eines ist als mein boss meinen karriere traum als tv journalistin zertrümmern will komme ich ihm zuvor und stimme mit einer gebrüllten kündigung davon raus aus der fernsehredaktion rein in mein box verein doch bevor ich mich dort abreagieren kann treffe ich auf einen weiteren entgegner einen mr tinder mit macho level 100 der von mir einer frau nichts als ein date erwartet soll er kriegen aber eins auf meine art eine norah thompson erziehungseinlage theoretisch denn praktisch entpuppt sich tony 25 in oxford for a few days als menschlicher volltreffer versammt mysteriösen tattoos einem streng geheimen job und einer mir vorenthaltenen handynummer wie ein schatten verschwindet er nach einer nacht mit mir und lässt mich mit verwundetem herzen und tausend fragen zurück allen voran was ein weder ist und ob ich nicht längst in seinem problem drin stecke ich lese es jetzt gerade und es erscheint übrigens auch erst am 31 oktober also wenn ihr das video seht kann es sein dass ihr nur noch ein zwei tage warten müsst das zweite ebook dass diesen monat hier einziehen durfte war immer drama um das lama das ist am 26 oktober bei bayonne erschienen und ich durfte es halt schon vorab lesen weil ich wie ihr wisst ja bayonne stammblogger bin und wir dürfen alle ebooks aus dem verlag immer schon vorab lesen meine meinung dazu gibt es halt wie immer im lesemonat und ich erzähle ich jetzt noch um was ist laut klappentext dann geht rache ist süß ein gekidnertes lama ist süßer lila ist stinksauer manuel hat sie betrogen und sie hat nun endgültig die nase voll mit ihrem besten freundsöhren stibitzt sie in einer nacht und nebelaktion den wertvollsten besitz ihres ex ein lebensgroßes plastiklama mit der tierischen deko im schlepptau verpassen sie auf dem heimweg die letzte bahn und landen so in einer bar in der lila den attraktiven maten kennenlernt dessen scham sie sich kaum entziehen kann plötzlich überschlagen sich die ereignisse und das lama offenbart ein ungeahntes geheimnis wer ist darin verstrickt und kann martin lilas vorsatz ins wanken bringen sich von frauen helden fernzuhalten we will see kommen wir jetzt zu den print büchern die hier einziehen durften im oktober das waren auch wieder ein paar limited editions und sonder auflagen beziehungsweise erst auflagen mit farblich richtig schönem buchschnitt ich weiß ich habe gesagt ich kaufe nicht mehr so viel mit buchschnitt aber sie haben mama gesagt und ich hatte ja extra zum beispiel auch für die buchmesse etwas geld gespart weil ich ja ein sparklas habe in das ich immer zwei euro einwerfen wenn ich ein buch gelesen habe und davon habe ich fast meine ganze messe finanziert von daher ja man kann sich alles schön reden die ersten beiden bücher die hier einziehen durften sind tatsächlich aber nicht von der messe sondern heute morgen hier angekommen die habe ich mir auf ebay klein anzeigen gekauft dass wir einmal the way i break und the way i crumble in der bücher büchse sonderedition mit wunderschönem farbschnitt jetzt denkt ihr warum hast du dir das nicht bei der bücher büchse gekauft du brain ja hätte ich auch super gerne gemacht weil ich die supporten möchte aber es gab den ersten band einfach nicht mehr das der reason der reason der reason ja das hier gibt es noch bei der bücher büchse also wer es noch nicht hat der sollte es auf jeden fall kaufen weil ich diese reihe abgöttisch liebe und ich hoffe auch dass sie zum dritten band eine limited edition machen weil sonst bin ich ein bisschen aufgeschmissen mit denen zwei ja der dritte band kommt glaube ich erst im neuen jahr wenn ich das jetzt richtig weiß ich kann es euch aber hier unten noch mal einblenden wenn ich es recherchiert habe ich habe die beiden bücher ja als paperback schon hier im regal stehen und die bücher büchse hat es halt als limited edition hardcover rausgebracht und in ihre ich glaube in der liebes büchse juni war band 1 drin und ja ich habe es mir jetzt bei ebay klein zeigen beide zusammengeholt weil ich beide haben wollte that's the reason ich lese euch jetzt noch mal schnell die klappentexte zu beiden vor und dann switchen wir gleich zur nächsten limited edition also fangen wir mit mit eins an trotz ihrer erfolgreichen karriere als junge star köcheln will victoria nur noch weit weg von london und von ihrem manipulativen freund kurzerhand fliegt sie in die idyllische hafenscht goldbridge wo ihre mutter einst im lernerestaurant prisma arbeitete victoria will endlich verstehen warum ihre mutter sie für diesen ort und ihre karriere verließ und nimmt dort unerkannt einen kellnerjob an doch in dem versuch ihre sorgen in alkohol zu ertränken gibt sie einem attraktiven fremden viel zu viel intimes über sich preis ohne zu ahnen dass julian einer der söhne der restaurantinhaberin ist und er besitzt die frechheit victoria einen vorschlag zu machen er behält das geheimnis ihrer wahren identität für sich wenn sie ihm nachhilfe beim kochen gibt victoria kann sich nicht erklären warum dieser unverschämte deal eine flamme in ihrem herzen entzündet man zwei geht es dann um echo und alexis den bruder von julian aus band eins echo ist wütend wütend auf ihre mutter die sich selbst das leben nahm aber am meisten auf sich selbst weil sie sich wie eine versagerin fühlt nur ihrem großvater zuliebe nimmt sie einen aushilfsjob im prisma an und ist überrascht als sie gefallen am konditor handwerk findet und an ihren kollegen alexis der jüngste sohn der restaurant besitzt und mindestens genauso wütend wie sie er versucht nicht echo gute ratschläge zu geben doch das hat einen ernsten grund alexis spricht nicht offenbar braucht er hilfe aber wie soll jemand wie sie ihm schon helfen während sie seite an seite feine desserts kreieren lässt alexis nähe echoes nervenenden vibrieren in ihr keim plötzlich hoffnung auf eine glücklichere zukunft auf wäre dann nicht ihre vergangenheit die alles zerstören könnte anfang der woche dürfte dann meine erste biografie hier einziehen ich habe bisher noch keine gelesen und das wäre die von matthew perry friends lovers and the big terrible thing ich hatte mich da bei der blogger jury drauf beworben weil ich ihn als darsteller irgendwie super interessant finde und gar nicht so viel über ihn weiß und das wollte ich jetzt ändern genau deshalb habe ich mich beworben ich bin ja jetzt nicht der riesen friends fan beziehungsweise habe ich glaube ich noch nie einmal ganz von vorne bis hinten guckt aber man kennt friends einfach man kennt die clique und ich bin gespannt wie er ja oder was er so von sich zu erzählen hat in welchen punkten er einfach ganz anders als seine rolle ist ich meine ich muss euch jetzt nicht den klappentext folgen es ist halt einfach eine autobiografie und ich lasse mich mal überraschen dann dürfte ein buch hier einziehen auf dessen erscheinen ich mich schon arg 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 gefreut habe catching up with the carters in your arms ist jetzt quasi der finale band der reihe ich habe die ersten beiden schon total geliebt und hoffe dass es mir mit diesem buch auch so geht es geht nämlich um die andere schwester nur die andere kater schwester zina heißt sie glaube ich genau zina führt das leben von dem viele träumen glitzer und luxus pur zusammen mit ihrer familie dreht sie die angesagte reality tv show catching up with the carters doch der glamouröse scheint trügt hinter den kulissen gibt es heftige spannungen ihre mutter lenkt den kater clan mit eiserner hand sina weiß dass sie etwas unternehmen und die show verändern muss denn sonst wird der ruhm der untergang ihrer familie sein der neue produktionsassistent sam steht ihrem vorhaben allerdings im weg und scheint eigene interessen zu verfolgen sina ist entschlossen sich nicht aufhalten zu lassen egal wie sehr sam ihre gefühle durcheinander wirbelt und sie sich wünscht sich in seinen starken arm zu verlieren die nächsten beiden bücher die ich euch jetzt zeige sind bei einer rebuy bestellung dabei gewesen und ich habe sie eigentlich beide schon gelesen und auch dieses jahr gelesen aber sie haben mir einfach in meinem regal noch gefehlt wie ihr wisst bücher kaufen und bücher lesen sind zwei verschiedene hobbys und wie ihr auch wisst bücher sind herdentiere deshalb habe ich ganz viele davon man kann sich wirklich alles schön reden ja das erste buch das bei der rebuy bestellung dabei war war no flames to wild das hatte ich damals als ebook rezensionsexemplar bekommen und habe es super super gerne gelesen ja und deshalb durch das einfach ihren sinn es gibt keinen anderen grund es spielt nämlich in australien und es geht um koalas und ja das ist schon ein kaufsargument kaufargument ihr wisst was ich meine das work and travel ja mit ihrer freundin sophie soll ein großes abenteuer werden doch für isabel bedeutet diese reise noch viel mehr auf der suche nach einer spur zu ihrem australischen vater den sie nie kennengelernt hat verschlägt es die 21 jährige deutsche in die kleinstadt eden in new south wales wegen der sich ausbreitenden bush brände wird in einer wegen der sich ausbreitenden bush brände wird in einem koala reservat dringend hilfe benötigt und so viel zuliebe lässt isabel sich auf den job ein obwohl sie selbst angst vor tieren hat so lernt sie liam kennen dessen eltern das reservat betreiben mit seiner ruhigen nachdenklichen art fasziniert er isabel bleibt aber seltsam verschlossen sie kann nicht ahnen dass liam dem die koalas alles bedeuten eine große schuld auf sich geladen hat und das zweite buch das einziehen durfte ist von der lieben stefanie hasse der verbotene wunsch die vier götter gaben da habe ich ja zum zweiten band das verraten herz die leserunde im drachenwinkel buchclub geleitet und als klar war dass ich das übernehmen werde habe ich mir natürlich damals band 1 ich glaube angehört ja ich habe es mir als bei bookbeat angehört und ich dachte mir halt du kannst den zweiten band nicht ewig allein im regal stehen lassen da muss doch band 1 noch dazu stehen wenn nur band 1 da steht ist das für mich irgendwie okay aber wenn band 2 da steht und band 1 nicht ist das für mich so mind blown geht nicht ich erzähle ich aber gerne noch um was es allgemein in der reihe geht der palast von dariana ist gespalten eine alte fede trennt männer und frauen und schottet sie in ihren palasthälften ab darunter leidet vor allem kronprinzessin marlena sie will nicht glauben dass alle männer ihr böses wollen nur weil sie eine frau ist ihr einziger vertrauter ist valerian dem sie das reich nach ihrer krönung führen soll doch ein alter fluch sei zweifel zwischen den beiden vertrauten und bald muss marlena feststellen dass hinter den alten geschichten mehr steckt als ihr lieb ist und das dritte buch das bei der wie bei bestellung dabei war das habe ich dann tatsächlich noch nicht gelesen das war nämlich one true queen von sternen gegrünt von jennifer benkau da hat mir meine freundin lu letztens als sie großes buchregal ausmisten gemacht hat bilder geschickt was sie aussortiert hat und ich habe beim zweiten band gesagt bitte bitte nicht verkaufen den würde ich nehmen und sie hatten mir sogar geschenkt das war sehr sehr lieb von ihr aber ich dachte genau wie bei der verbotenen wunsch ich kann nicht lange den zweiten band hier stehen haben ohne den ersten auch dabei zu haben außerdem möchte ich die reihe ja auch unbedingt lesen ich habe auch das gefühl dass man eins vielleicht auf meine 23 für 23 liste wandern wird weil ich da echt bock drauf habe und jetzt erzähle ich euch noch um was es in dieser reihe geht dunkelheit das gefühl zu fallen und dann nichts eben noch stand maillen in ihrer irischen heimatstadt und plötzlich wacht sie in einer anderen welt auf hier im königreich lüa sky tracht ihr alles und jeder nach dem leben nur nicht der mysteriöse fremde der maillen aus einer tödlichen falle rettet der so gefährlich wirkt und sie dennoch beschützt und der er nicht verrät wer in wahrheit ist erst als er sieht zum königshof bringt erkennt maillen dass sie aus einem ganz bestimmten grund in lüa sky ist sie soll königin werden und das ist in ihrer welt ein todesurteil bin ich schon sehr 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 gespannt drauf auch wenn es mich ein bisschen an lasst mich lügen wo steht ja genau ein fluch so ewig und kalt erinnert so ja bin mal gespannt wie da die unterschiede zwischen den büchern sind das nächste buch das hier einziehen durfte wollte ich euch einfach nur kurz zeigen weil es mega süß ist weil es für maler ist gehe ich auch nicht so viel drauf ein aber es ist halt einfach eine herzensempfehlung von mir die ich euch unbedingt zeigen möchte und das ist meine erste tier baby geschichte aus dem coppenrath verlag da gibt es mittlerweile etliche bücher davon also hier drauf ist kleines kaninchen kleiner panda den haben wir kleine ente kleiner pinguin kleiner pinguin wollte ich eigentlich auf der messe kaufen gab es aber nicht mehr und wir haben noch den kleinen otter und es gibt noch ein kleines lama einen kleinen bären und einen kleinen affen ich glaube acht stück gibt es mittlerweile wir haben drei und ich finde sie einfach mega süß und maler liebt sie abgöttisch also wenn ihr kinder so zwischen eins und vier habt oder so ist das super super süß okay vielleicht eins drei auf jeden fall ist es super niedlich und ich wollte euch unbedingt einmal zeigen weil es auch den monat hier einziehen durfte und ja ein herzensbuch ist das wird jetzt allerdings nicht im lesemonat auftauchen ich wollte euch aber trotzdem als neuzugang zeigen wir machen nämlich jetzt direkt weiter mit dem nächsten buch und ich dachte grad im ersten moment ich hätte eins vom falschen stapel genommen das habe ich euch doch gerade schon gezeigt aber nein es ist auch von jennifer bengau ist aber ein ganz anderes buch das gerade erst erschienen ist the lost crown wer die nacht malt von jennifer bengau ebenfalls ich habe dazu eine buchbox von ravensburger zugeschickt bekommen in der badesalz war und eine krone die war leider kaputt also deshalb kann ich sie wohl nicht anziehen aber ich werde mal gucken ob ich sie irgendwie für ein foto mal eingebaut krieg und meine haare so drüber trappiere dass es nicht auffällt oder ich ziehe einfach meine den näheres perücke an da kannst du das in den 1000 haaren die da sind einfach unterschieben das mal gucken oder ich frage einfach bei ravensburger nach ob sie noch so eine krone haben weil meine kaputt ist ich werde aber auf jeden fall die tage mal auf das unpacking real auf instagram stellen und jetzt erzähle ich euch um was es in der reihe geht schwarz wie die nacht ist der wald in dem die junge schmiedin kaya von räubern entführt wird gleich wie der tod ist der verwundete anführer mirulei der kajas hilfe braucht rot wie herzblut ist ihre angst dass sie einem mann in die falle gegangen ist der nicht nur mit ihren gefühlen spielt sondern auch ihr größtes geheimnis für seine zwecke nutzen wird denn kaya beherrscht die gabe magie zu malen mit einer violetten rune auf der haut heilt sie wunden mit karmesin rot im fell beruhigt sie ein nervöses pferd mirulei verfügt jedoch über eine ganz andere magie die kaya sinne betört und die macht hat königreich zu stürzen die nächsten drei bücher die ich euch zeige habe ich euch in meinem messevideo schon gezeigt das waren nämlich die drei hardcover die ich auf der frankfurter buchmesse gekauft habe zum einen haben wir hier noch mal stefanie hasse ihr seht ich mag die frau und ihre bücher luca und allegra gab es schon einmal also das buch kam schon mal raus als zweibändige reihe zweiteilige reihe und jetzt wurde die quasi zusammengefasst in ein limited edition eigenes buch und mit wunderschönen illustrationen also wer das buch noch nicht gelesen hat oder die reihe noch nicht gelesen hat der sollte sich auf jeden fall mal überlegen ob er sich dieses buch kauft mit diesem wunder 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 wunderschönen buchschnitt und es hat auch so eckig nicht so wie die anderen bücher also ich zeige euch jetzt ich meine ich habe sie euch schon mal zeigt das ist so das normale dieses dieses abgerundete und allgemein überall sehr weiche runde und hier ist halt wirklich ein ganz harter buchrücken und gerade buchrücken eine ganz andere bindung und das macht dieses buch wirklich sehr 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 besonders ihr seht ich bin voll in love und es hat eine romeo und julia thematik mit den karpulets lieben wir nicht nur weil julia heißt aber ich lese euch einfach jetzt mal den klatten text vor maskenbälle und stern bedrohte familiengeschichten und verfluchte liebespaare kennt allegra höchstens aus ganz alten büchern aber mit der realität haben sie für sie nichts zu tun das ändert sich grundlegend als sie bei einem kurzurlaub am gardasee erfährt dass ihr hotel von nachfahren der karpulets geführt wird anscheinend ist ihre fede mit den montagos auch nach jahrhunderten noch intakt als sie aus purer neugier die andere seite des sees erkundet beginnen sich die ereignisse unwillkürlich zu verdichten denn allegra trifft auf luca montagu und damit auf ihr magisches schicksal klingt einfach sooo schön also das werde ich auf jeden fall im november lesen da habe ich mega bock drauf wie jetzt gerade schon gesehen habe durfte dann auch springstorm bei mir einziehen von der lieben marie grassoff auch in der bücher büchse sonder limited edition mit digitalen buchschnitt der einfach so unfassbar schön ist ich habe ja bisher noch nichts von marie grassoff gelesen aber die mädels haben gesagt das würde mir auf jeden fall gefallen und ich meine die mädels die dabei waren die kennen meinen lesegeschmack und teilen ihnen teilweise auch also ich habe so mit jedem so paar aspekte die gleich sind und wenn es darum geht vertraue ich den mädels auch zu 100 prozent und ich bin auch schon sehr gespannt ob mir die geschichte wirklich gefällt weil ja wie gesagt ich kann auf kein backup zurückgreifen und ich sehe gerade hat das ist mir gar nicht aufgefallen das ist sogar ein signiertes buch das habe ich gerade nicht gewusst und das ist auch nicht digital reingedruckt oder so das hat sie wirklich signiert jetzt finde ich das buch noch schöner ich schau mal vor um was es eigentlich geht an der academy of cosmic powers werden nun menschen angenommen die nach einem meteoriten einschlag besondere fähigkeiten entwickelt haben und dort lernen sollen ihre macht sinnvoll zu nutzen als cora den aufnahmetest besteht geht für sie ein traum in erfüllung denn offiziell hat man bei ihr nie eine cosmic power nachweisen können doch der traum wird schnell zum albtraum einige der studierenden sehen sie als eindringling so auch die mutige und selbstbewusste king die alles verkörpert was cora gerne wäre sie ist talentiert schlagfertig zielstrebig und die mächtigste studentin an der akademie ausgerechnet zu ihr fühlt sich cora hingezogen aber king macht ihr schnell klar dass sie nichts von cora hält als allerdings ein krieg zwischen cosmics und menschen auszubrechen droht ist zusammenhalt wichtiger denn je und cora und king müssen zusammenarbeiten können sie in anbetracht der gefahr ihre rivalität überwinden we will see und das dritte buch das einziehen dürfte auf der messe ist meeresglühen 2 da habe ich euch ja schon erzählt warum ich nicht meeresglühen 1 gekauft habe und signieren lassen habe weil es einfach nicht mehr gab so auf der buchmesse waren echt super viele ausgaben schon samstags mittags ausverkauft weil einfach freitags die leute schon gemacht haben wie es messer und samstags morgens auch du bist eigentlich an keinen stand gekommen aber ich war auch erst sonntags beim coppenrad verlag muss ich ganz ehrlich gestehen und habe mir dann meeresglühen gekauft und die anna war auch gerade am stand dann habe ich auch signieren lassen und habe ich euch schon gezeigt den octopus gemalt bekommen ich freue mich auch schon super auf die geschichte ich kann euch jetzt nicht den klappentext vorlesen weil es eine fortlaufende geschichte ist ich möchte ihn mir auch nicht angucken ich weiß nur dass es um atlantis geht und das ist für mich ja schon so ein kauf argument weil ich atlantis liebe ich habe zwar auch eine reihe gelesen in der es um atlantis ging die mich nicht überzeugt hat und die ich gerade aktuell auch verkaufe ja aber der name möchte nicht genannt werden und viele von euch die man instagram feed verfolgen oder meinen instagram stories die wissen auch von wem ich rede oder von welcher reihe dann durften noch zwei bücher hier einziehen die ich euch als neu zugänge schon im letzten monat gezeigt habe da waren es die ebooks und jetzt sind endlich im oktober die print exemplare eingezogen einmal zu you color my soul und einmal zu ordnen in your eyes beide durfte ich ja vorab lesen und hier haben wir auch eine coole blog tour dazu gemacht und elle habe ich auf der messe getroffen und da hat sie mir noch ein paar goodies in die hand gedrückt für mein gewinnspiel das demnächst ansteht ich habe ja bei instagram die 1500 abonnenten marke geknackt und ja die halten wir jetzt auch langsam vorher war es ja immer so wir sind wieder drüber wir sind wieder drunter drüber drunter drüber drunter und jetzt so langsam bleibt das stetig und es steht das gewinnspiel an dass ich gerade am vorbereiten bin auf der messe habe ich nämlich noch ein paar goodies gesammelt für da rein und haltet einfach mal instagram im auge vielleicht mache ich auch ein video dazu das müssen wir noch sehen auf jeden fall passt im november einfach mal bisschen auf meinen kanälen auf ich werde euch jetzt nicht mehr erzählen um was es geht es sind zwei superschöne cozy herbst geschichten würde ich einfach sagen ich habe im cozy video erzählt ich habe es im neu zugänge video zählt und ich habe es im lesemonat erzählt also wenn ihr etwas über die bücher wissen wollt ich muss es euch jetzt nicht noch ein viertes mal erzählen dann schaut einfach mal hier oben rein ich verlinke jetzt einfach mal das cozy video weil ich da auf jeden fall nur den klappentext verrate dann durfte noch ein viertes buch von der messe mit das habe ich gerade irgendwie ein bisschen übersprungen und zwar witches and hunters verbranntes vertrauen auch im drachenmond verlag erschienen also der drachenmond verlag und die bücherbüchse haben am wochenende sehr sehr gut an mir verdient und ich erzähle ich jetzt einfach um was es geht und lasse das cover für sich sprechen ein neues leben und eine neue identität das ist es was katalea braucht um ihre magischen fähigkeiten zu verstecken nachdem ihre familie einem verrat zum opfer fiel was sie ganz und gar nicht brauchen kann ist alles her der junge mann mit dem einnehmenden lächeln und den grellgrünen augen hinter denen sie ebenfalls ein dunkles geheimnis verbirgt denn alles der ist ein hexenjäger dazu geboren um wesen wie katalea zu töten sie wäre die perfekte beute wenn da nur nicht dieses verfluchte gefühlschaos wäre keiner von ihnen ante doch dass er nicht der einzige ist der die junge frau ihr hackt jetzt war kurz vor schluss noch der akku der kamera leer den muss ich jetzt schnell wechseln also nicht wundern dass ich plötzlich vielleicht anders sitze da geht es um text das nächste buch das hier einziehen durfte war emerald witches armen mond der erste band der reihe jetzt ist lange auch aufgeschreckt weil ich hier so hektisch unterwegs war ja den habe ich ja wie erst vielleicht gesehen habt im magikon vlog auf der magikon gekauft weil die laura labas da war und ich bin auch sehr froh dass ich auf der magikon das buch gekauft habe und nicht auf der buchmesse wie ich es eigentlich vor hatte weil auf der buchmesse einfach so viel los war es war unfassbar viel los und auf der convention war es halt viel ruhiger idyllischer weil halt auch nicht jeder wegen den büchern da war und so hatte sie auch zeit das in aller ruhe zu signieren ich musste nicht anstehen es war einfach total easy peasy und ich freue mich auch schon super doll auf das buch ich habe ja ihre lady of the wicked reihe zumindest band 1 gelesen man zwei steht immer noch auf der wunschliste das müsste ich echt mal weiterlesen und ja ihr wisst ich bin momentan voll im hexenfieber drin wegen meiner eigenen geschichte und ja liebe es erzähle ich jetzt mal um was es in diesem buch geht sieben hexenzirkel regieren die stadt seoul als der armen mund aufsteigt neigt sich die herrschaft des stärksten zirkels dem ende zu ein kampf zwischen sieben auserwählten einer hexe aus jedem zirkel soll die nachfolge klären die junge henna aus dem smaragd zirkel will eine von ihnen sein nach einem verhängnisvollen kurs mit dem dämonen bobby wird sie jedoch vom herrschaftskampf ausgeschlossen zum glück denn die oberste des opal zirkels hintergeht und opfert alle verbliebenen anwärterinnen hannah fliegt doch um zu überleben muss ich ausgerechnet dem zivilichtigen bobby vertrauen tut mir auch leid wenn ich die ganze zeit die klappentexte schneiden muss das liegt nicht daran dass ich mich verspreche sondern dass meine stimme heute irgendwie nicht so richtig da ist falls ihr es nicht schon vorher gehört habt die messe war anstrengend aber jetzt habe ich euch schon das letzte buch hochgehalten das hier einziehen durfte leiser grim hinter den spiegeln so kalt da läuft gerade wieder eine leserunde im drachenwinkel buchclub darüber ich habe tatsächlich noch nicht angefangen weil ich gesagt habe oder weil die anderen auch alle gesagt haben wir fangen nach der buchmesse an und es gibt schon ein paar so übereifrige die irgendwie sich schon die ganze zeit in der gruppe austauschen ich mir denke ok gruppe gemutet ich möchte das noch nicht lesen und wir die sich an absprachen halten fangen quasi jetzt heute an und ich bin auch schon sehr gespannt ich habe ja von ihr schon alles habe ich gar nicht mehr ich kann davon ausgarten gelesen zumindest band 1 und bin schon sehr gespannt ob sich ihr schreibt sie mittlerweile ein bisschen wenn es mal verbessert hat jetzt erzähle ich euch aber um was ist hier geht finja stürzt in ein tiefes loch als ihre geliebte tochter henna spurlos verschwindet der einzige hinweis auf hannas verbleib ist eine spur aus eis im badezimmer aber diese spur verläuft sich ins leere ihre verzweiflung sucht finja schließlich hilfe bei einer angeblichen hexe und stößt auf ungeheuerliches schnee treiben und schreie wirbeln durch die erinnerung und ein fremdes gesicht das ihr seltsam vertraut erscheint die antworten auf finjas fragen warten hinter den spiegeln einem reich aus eis und schnee weil sie die wahrheit wirklich wissen wir werden es erfahren ihr lieben das war es jetzt auch schon wieder von mir also es waren es sind 1 2 3 4 5 6 7 8 19 11 12 13 14 15 16 bücher plus das für maler plus zwei ebooks also 18 bücher oder 19 wie man es rechnen will das ist schon einiges ich habe auch wie gesagt ein paar davon schon gelesen also es wandert nicht das komplette paket hier auf meinen sup also wie gesagt der way i break the way you crumble no flames to wild der verbotene wunsch lass mich lügen autumn in your eyes you color my soul sechs bücher davon habe ich schon gelesen das ist schon mal sehr gut für meinen sup und ja die anderen werden folgen ich wünsche euch jetzt noch einen wunder wunder wundervollen tag hoffe bei euch scheint auch so schön die sonne ich habe heute kinder frei deshalb werde ich jetzt noch ein bis zwei videos drehen und habe noch vor fotos vorzubereiten auch von meinen neuzugängen natürlich und werde noch ein paar dinge für kommende projekte vorbereiten in diesem sinne werden uns hoffentlich dann im nächsten video wiedersehen bis dahin fühlt euch glück ist und bis dann